Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aussagestellt hat sich dann, dass schwer verletzte Person drinnen ist, die zwar nicht eingeleimt war, aber wir haben nicht reingehängt, jetzt haben wir die Tür aufmachen müssen, der dürfte da wahrscheinlich, vermutlich überschritte Geschwindigkeit gehabt haben und angekommen sind auf der Straße und wir haben dann, der Notarzt war schon da, der hat dann ein wenig stabilisiert und wir haben dann von dem Auto raus geholt. Untertitelung des ZDF, 2020